Ja was wolltet ihr? Ja da gibt es in dieser in dieser Kiste gibt es jede Menge Hacken. Aber ich glaube diese blaue passt nicht dazu. Diese blaue passt doch gar nicht dazu. Diese blaue tut man am liebsten dafür. Hallo die Frau Gerke hilft uns. Die Frau Gerke hilft uns. Die Frau Gerke hilft uns. Sie können diese Ausstellung von morgen bis zum November ein bisschen nach rechts hoch. Ein paar Millimeter nur. Zu hoch. Zu hoch. Noch ein bisschen runter. Lass mal gucken. Geh auf die Seite bitte. Auf die Seite. Ja das ist gut. Das ist der Armbruch. Tobi. Ja. All die Maske. Die Maske, deine Maske. Ja. Der ist geimpft. Genesen. Ja. Der ist geimpft und hat aber ein ... Hast Du dabei? Ja. Er hat auch so ein Impfpass dabei. Ja. Die Batterie ist alle, so eine Scheiße, das dauert viel zu wenig.